Luise von Sturmfeder war eine Hofdame der Habsburger und Erzieherin von Kaiser Franz Josef von Österreich, seinem Bruder Kaiser Maximilian von Mexiko sowie deren Geschwister. Herkunft und Abstammung Luise von Sturmfeder entstammte dem Adelsgeschlecht der Sturmfeder von Oppenweiler Erbsassen-Lerch von und zu Dürmstein. Sie war die Tochter des Kurpfälzischen Geheimenrates Karl Theodor Sturmfeder von Oppenweiler und dessen Ehefrau Maria Karoline Freien von Greifenklau-Vollrats. Die Mutter Maria Karoline von Greifenklau-Vollrats war die Tochter von Adolf von Greifenklau-Vollrats, Herzogundheim in Rheinhessen, Seit 1745 Kurfürstlich-Mainzischer Kämmerer und 1753 Kur-Mainzer Hof und Regierungsrat Ritterhauptmann und Direktor der unmittelbaren, mittelrheinischen Ritterschaft in der Wetterau sowie seiner Gemahlin Johanna von Dern. Sie wuchs auf Schloss Völlrats im Rheingau, dem Stammsitz der Familie auf. Luises Vater Karl Theodor Sturmfeder von Oppenweiler stammte aus Dürmstein in der Pfalz. Dort besaß die Familie Sturmfeder ein ansehnliches Schloss, denn ein Vorfahr des Vaters hatte einst eine Tochter der alteingesessenen, örtlichen Adelsfamilie Lerch von Dürmstein geheiratet und zusätzlich auch deren Titel übernommen, da die Familie im Mannesstamm ausstarb. Karl Theodor Sturmfeder von Oppenweiler, erbsaße Lerch von und zu Dürmstein, wuchs mit seinem Bruder Franz Friedrich von Sturmfeder, später Prelat und Verweser des Bistums Augsburg in Dürmstein auf. Dort unterrichtete sie der bekannte Wissenschaftler und Universalgelehrte Johann Jakob Hämmer als Hauslehrer, den ihnen der Dürmsteiner Pfarrer Johann Sterzner, Hämmer's Mentor, vermittelt hatte. Ab 1778 lebte Karl Theodor Sturmfeder zumeist in Mannheim, wo er und sein Bruder auch geboren waren. In den 1780er Jahren leitete er den Bau des von seinem Vater begonnenen Schlosses Oppenweiler, hielt sich zeitweise in München auf und lebte schließlich in Esslingen, wo auch die Tochter Luise 1789 zur Welt kam. Familienverhältnisse Luise Sturmfeder war das sechste von zehn Kindern ihrer Eltern. Karl Schlund, ein Schüler Johann Michael Zählers, wirkte ab 5. September 1794 als Erzieher im Hause Sturmfeder zu Oppenweiler. Die dort herrschenden Familienverhältnisse beschreibt Zähler in einer späteren Biografie Schlund so, während Schlund hauptsächlich die Jungen erzog. Seien die Mädchen, darunter Luise von Sturmfeder, vorwiegend in der Obhut einer vortrefflichen Erzieherin, der Französin Regnier, gewesen. 1796 flüchtete die gesamte Adelsfamilie mit den beiden Erziehern vor der anrückenden französischen Armee nach München. 1797 konnte sie wieder nach Oppenweiler zurückkehren. Die Sturmfeder gehörten zu den engeren Freunden des bekannten Theologen und späteren Regensburger Bischofs Johann Michael Zähler. Georg Eichinger schreibt in seiner Zähler-Biografie es sei ein inniges Freundschaftsverhältnis gewesen. Als Zähler die Nachricht vom nahen Sterben Karl Theodor Sturmfeder erhielt, reiste er sogleich nach Oppenweiler, um ihm beizustehen, traf aber erst nach seinem Tode ein. Er hielt ihm dort am 20. Februar 1799 die Trauerpredigt, in der er auch die hinterlassenen, unmündigen Kinder erwähnt. Ebenso wie die Frömmigkeit des Verstorbenen, der sich ausgebeten habe, auf einem gewöhnlichen Friedhof bestattet und von Armen hinausgetragen zu werden. Laut Georg Eichinger blieb Johann Michael Zähler mehrere Monate im Hause Sturmfeder, um die Hinterbliebenen mit Rat und Trost aufzurichten. Am 10. Mai 1799 besuchte er mit Witwe und Kindern des Freiherrn Grab, um dort gemeinsam zu beten. Im Juli 1800 starb auch die Mutter und Luise Sturmfeder wurde mit zehn Jahren vollweise. Zähler widmete der Witwe in ihrem Todesjahr noch sein zweites Bändchen der christlichen Reden ans Christenvolk. Selbst Jahre später publizierte er in den Briefsammlungen Auszüge seiner Schreiben an, die zehn Lieblinge der unvergesslichen Frau. Was Georg Eichinger als Indiz dafür wertet, dass Zählers Liebe zu den Eltern Sturmfeder sich auch auf ihre Kinder übertragen hatte. Nach dem Tode beider Eltern lebten die minderjährigen Waisen zunächst in Mannheim. Luise von Sturmfeder hielt sich ab 1818 bei ihrer verheirateten Schwester Charlotte von Dallberg in Aschaffenburg auf. Hofdame und Prinzenerzieherin Als Luise von Sturmfeder's Vormund fungierte der aus Mainz stammende, österreichische Gesandte in München, Friedrich Lothar von Stadion, älterer Bruder des österreichischen Außenministers Johann Philipp von Stadion. Die Familie von Stadion empfahl sie später auch Kaiser Franz II., als dessen Schwiegertochter Erzherzogin Sophie schwanger war und eine Kinderfrau bzw. Erzieherin suchte. In seiner Diplomarbeit, das Italienbild von Erzherzog Ferdinand Maximilian, hält Martin Clemens Weber 2008 zusätzlich fest, dass Luise von Sturmfeder auch zeitweise als Gräfin Stadion in München lebte und so bereits mit der von dort stammenden Erzherzogin Sophie bekannt gewesen sei. Baronin von Sturmfeder erlebte am 18. August 1830 in Wien die Geburt des späteren Kaisers Franz Josef von Österreich mit. Für Erzherzogin Sophie und ihren Gatten Erzherzog Franz Karl war es das erste lebende Kind nach mehreren Fehlgeburten. Luise von Sturmfeder wurde seine Kinderfrau und quasi eine zweite Mutter. In die gleiche Position trat sie auch bei den jüngeren Geschwistern, den Prinzen Maximilian, nachmals Kaiser von Mexiko, Karl Ludwig sowie bei Prinzessin Maria Anna Carolina. Den spätgeborenen Erzherzog Ludwig Victor half sie lediglich noch miterziehen. Die Habsburger Kinder vergötterten ihre Erzieherin förmlich und nannten sie mit Kosenamen Ami und Aja. Über sie und ihr Verhältnis zu Kaiser Franz Josef schreibt der Historiker Dr. Otto Ernst. Von Kaiser Maximilian ist überliefert, dass er beim Abschied von Luise Sturmfeder schluchste. In einem Nekrolog auf Erzherzog Karl Ludwig heißt es. Auf Anregung von Baronin Sturmfeder mussten alle ihre fürstlichen Schützlinge schon ab dem zweiten Lebensjahr auch böhmisch lernen. Prinzessin Maria Anna Carolina starb bereits mit fünf Jahren. Die kleinen Erzherzöge trennte man jeweils mit sechs Jahren von ihrer Ziehmutter, um die vorgeschriebene Staatserziehung zu absolvieren. Immer wenn dem Ehepaar Erzherzog Franz Karl und Erzherzogin Sophie ein neues Kind geboren wurde, bestellte man für dieses eine eigene Amme. Mehrere Kindermädchen, Küchenangestellte und Lakaien, also einen eigenen kleinen Hofstaat. Luise von Sturmfeder hatte die Aufsicht über das gesamte Personal aller dieser fürstlichen Kinder und sie erzog sie eigenverantwortlich, meist ohne Einmischung der Eltern. Laut Dr. Ernst war Baronin Sturmfeder eine rührend gute Seele, dabei ein entschiedener Charakter, gescheit und gesund. Anführungszeichen. Außerdem habe sie ein tief religiöses Gemüt und unbegrenzte Loyalität zum Haus Habsburg gehabt. Ihre eigentlichen Herren habe sie stets in Kaiser Franz II. und seiner letzten Frau Caroline Auguste gesehen, die sich auch rührend um den kleinen Enkel Franz Josef kümmerten. Der alte Kaiser und seine Gattin hielten große Stücke auf die Kinderfrau, sodass Kaiser Franz II. sogar noch bei seinem Tode den Wunsch äußerte, man möge Franz Josef im Hinblick auf seine mögliche spätere Regierungsübernahme, weiter im bewährten Geiste von Luise von Sturmfeder erziehen. Als die Kinder altersgemäß ihrer Hand entwachsen waren, trat Luise von Sturmfeder als Hofdame in den Dienst der Kaiserin-Witwe Caroline Auguste. Während der Revolutionsereignisse 1848 als Franz Josef schon regierte, hielten sich beide Frauen in Salzburg auf. Hierüber schrieb Caroline Auguste in einem Brief vom 5. Dezember 1848 an Kaiser Franz Josef. Baronin Sturmfeder litt sehr darunter, die ihr so lieb gewordenen Kinder mit dem 6. Lebensjahr von sich scheiden zu sehen. Das strenge Protokoll verbot den halbwüchsigen Erzherzögen den weiteren offiziellen Umgang mit ihr. In ihren 1910 posthum veröffentlichten Memoieren schrieb sie darüber. Über meinem Kopf hier treiben sie den ganzen Tag herum, ich bin also gezwungen an sie zu denken und im Garten seh ich sie und darf nicht zu ihnen, muss ihnen ausweichen. Es ist eine namenlose Pein. Habe ich sie denn nicht lieb genug gehabt, wäre es nicht Glück für mich, hätte ich sie nie lieb gehabt. Die Baronin lebte bis zu ihrem Tode in der Hofburg über dem Michaelator, wo sie auch 1866 starb. Mit ihren Schützlingen blieb sie, solange diese im Kindesalter waren, auf Geheimwegen in Kontakt. Oft ließen diese ihr an Bindfäden Botschaften ans Fenster herab und Luise von Sturmfeder erwiderte diese Liebesbeweise ihrerseits mit Briefchen, Bildern oder Bonbons, die auf dem gleichen Weg wieder hinauf gelangten. Luise von Sturmfeder hatte noch geholfen, die Kinder von Kaiser Franz Josef zu erziehen und er besuchte sie auch mehrfach persönlich, als sie schließlich auf dem Sterbebett lag. Ihre letzte Ruhe fand die unverheiratete Frau auf dem Schmelzerfriedhof zu Wien, den man jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts auflöste. Deshalb wurde Luise Sturmfeder 1911 von dort auf den Wiener Zentralfriedhof umgebettet und erhielt ein Ehrengrab, das bis heute existiert. Damals meldete die Wiener Zeitung hierzu, neben den Memoieren erschien von der Erzieherin Zweierkaiser auch eine Briefesammlung im Druck. Die Kindheit unseres Kaisers Briefe der Baronin Luise von Sturmfeder a.j. seiner Majestät. Aus den Jahren 1830 bis 1840. Gerlach und M. Wiedling Verlag Wien um 1900. Die bekannte österreichische Schriftstellerin Hilde Knobloch ließ 1949 ihren biografischen Roman über Kaiser Franz Josef der letzte Monarch. Mit der tragischen Szene beginnen, als der sechsjährige Prinz von seiner geliebten Aja. Luise Sturmfeder Abschied nehmen muss und setzte die Handlung danach in einem Zwiegespräch zwischen der Erzieherin und der leiblichen Mutter, Erzherzogin Sophie, fort.